Batman, glaubst du, ich bin so schwer, dass eine verrostete Fabrik meine eigentliche Waffe macht? Und ich mach mal kurz ein Level ab, Leute. So, was ich mir nämlich jetzt eben gekauft habe, das vergesse ich ständig zu machen. Wir können jetzt einen erweiterten Schub benutzen und zwar einen vierfachen. Damit werden wir höher in die Luft geschossen, was super ist, weil wir damit einfach noch schneller durch die Stadt kommen. Bevor wir jetzt aber doch die Hauptmission machen, würde ich sagen, wir machen mal eben eine Drohne kaputt. Sehr schön, das muss nämlich auch sein. Boah, die haben hier richtig Equipment am Start. Das ist vollkommen richtig. Wir schauen aber erstmal, was wir da alles ausschalten können. Also sprich, die haben da jetzt wieder einen neuen Gegner am Start. Und wir schauen erstmal. Ah, wir könnten jetzt selbstverständlich ein paar Waffensysteme ausschalten. Fürs Erste würde ich aber behaupten, wir schalten den da unten aus. Wir schauen eben, dass die Drohne uns nicht, uns nicht, ähm, erkennt. Genau, wir hängen uns da jetzt mal dran. So, nice. Reaktivmodus an. Wir dürfen halt, wenn wir in der Nähe des anderen Typens sind, das nicht zu lange machen, weil dann wird er uns sehen. Okay, hat uns keiner gesehen. Ich dachte, die hätten uns gerade gespottet. So, ausgeschaltet. Also man muss nicht immer schleichend vorgehen. Also das ist ganz cool, dass einem das Spiel halt die Wahl gibt. Nein, was? Was ist denn da? Was ist denn da? So, und auf den warten wir jetzt hier mal schön. Nice. Okay, ich habe die Milizen ausgeschaltet. Jetzt muss ich den Tome deaktivieren. Ich muss zugeben, das war nicht ganz flawless, aber ein bisschen schwund ist immer, ne? Ich bin bei den Luftschiffen. Was hast du gefunden? Nun, auf den Blaupausen ist eine Luke zu sehen, die von der Oberseite des Schiffs aus erreichbar sein sollte. Mr. Stake liegt wohl viel am Schutz seiner Forschung. Die Sicherheitsvorkehrungen dürften hoch sein. Danke, Erfurt. Lucius, wie kommen Sie mit dem Distanz-Hacking-Gerät voran? Ich werde es bald brauchen. Vielleicht sollten Sie Hellseherei in die Jobbeschreibung aufnehmen, Mr. Wayne. Ich lade die neueste Entschlüsselungssoftware in das Terminal im Lager im Wayne International Plaza. Dort können Sie sie abholen. Nice. Es wird Zeit für neue Ausrüstung, Leute. Deswegen würde ich auch sagen, wir müssen uns anscheinend da hochbegeben. Machen wir dann jetzt auch. Meine Fresse ist das Gebäude hoch. Ich habe eine Wette am Laufen, dass ich die Fledermausen zuerst entdecke. Der Verlierer muss im Artyom nein sagen, dass er mit einem K-Büß aussehen wird. So, gib mir den Typ, boi. 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 So, Distanz-Hacking-Gerät. Sicherheits-Code und Multi-Hack-Gerät löst umliegende Objekte und fallen aus der Ferne aus. Nice. Oben auf dem Luftschiff ist eine Wartungsluke. Ich kann mit dem Distanz-Hacking-Gerät hineinbekommen. Ja, und das machen wir dann jetzt auch, weil hier sind wir ja schon. Also, es ist ein paar Zentimeter weiter, was eine super Sache ist. Und dann müssen wir das jetzt wahrscheinlich auch hacken. Die Luke ist von innen verregelt. Wenn ich die Kontrolltafel finde, kann ich die Sicherheitsprotokolle mit dem Distanz-Hacking-Gerät überbrücken. Ja, ist also hier auch wieder ein kleines Tutorial. Und jetzt müssen wir das Ganze hacken. Das kann man sich so vorstellen, man muss es quasi so lange drehen, bis da ein vernünftiges Wort rauskommt. Und so hackt man das Ganze halt. Ist recht easy, aber ein bisschen tricky muss ich dazu geben. Funktioniert sie? Natürlich funktioniert sie. Das habe ich noch nie gesehen, weil es neue, hochmoderne Technologie ist. Was kann sie? Unten ist also eine Drohne. Mit entsprechenden, by the way, ja, mit entsprechenden, also wir können das jetzt schon deaktivieren, das Teil aber mit entsprechenden Upgrades, dann können wir da sogar bestimmte Dinge mitmachen, also mit diesem Teil. Ich muss näher ran. Genau, wir müssen näher ran, also sprich, man kann die Reichweite von diesem Teil erhöhen, das heißt, wir können aus größerer Entfernung hacken. Das Erste reicht das aber erstmal, wenn wir hier einfach ein bisschen näher rankommen. Was machst du da? Ich demonstriere dir noch etwas. Wie du siehst... Ich habe die Codes. Jetzt kann ich die Drohne gegen sie einsetzen. Ja, also ultra praktisch, also wir können tatsächlich jetzt die Leute mit ihrer eigenen Drohne ausschalten. Das soll so sein. Super, das Teil. Einfach super. Sie ist elektronisch verriegelt. Wenn ich die Steuerkonsole finde, kann ich sie mit dem Distanz-Hacking-Gerät knacken. Fingerabdrücke nicht erkannt. Zugriff verweigern. Hm. Die Falltür sieht aber einladend aus, oder? Ja, tut sie. Aber wir müssen jetzt in den anderen Raum rein, um das überhaupt benutzen zu können. Wir machen einfach mal das Distanz-Gerät an. Ich würde darauf wetten, dass uns irgendwo hier so eine Konsole angrinsen wird. Da ist sie. Auch hier wieder ein bisschen hacken. So, Proteine. Auch gutes Passwort. Sie haben einen Weg hineingefunden, Sir. Irgendeine Spur von Mr. Stagg? Noch nicht. Der Arkham Knight und Scarecrow's Truppen haben getötet, wen auch immer sie finden konnten. Es muss einen Grund geben, weshalb Sie da sind, Sir. Was haben Sie vor? Jetzt ist nur Barbara wichtig. Wenn sie sicher ist, kümmere ich mich um den Rest. Aber Sir, Sie haben die Chance, dies zu beenden. Stellen Sie Scarecrow und retten Sie die ganze Stadt. Auch Miss Gordon würde das wollen. Ich werde niemanden mehr verlieren, Herr Fred. Ja, besser wär's. Ich sollte jetzt die volle Kontrolle über das Stabilisierungssystem des Flugschiffs haben. Das Distanz-Hacking-Gerät funktioniert aber nur innerhalb eines gewissen Radius um die Steuerkonsole. Und auch hier wieder haben wir High-Action-Gameplay am Start, beziehungsweise richtig geile Technik. Wir können jetzt quasi, das hört sich dumm an, aber wir können wirklich das Luftschiff neigen. Also das ist voll cool. Also muss man sich jetzt noch so vorstellen. Die Leute natürlich in diesem Schiff, die, ne, die werden selbstverständlich auch die ganze Zeit hin und her gewackelt. Ich finde die Vorstellung davon eigentlich ganz cool. Äh, leerer Raum. Ach so, ja, ich wollte gerade schon sagen, ne. Na, andere Seite also. Nice. So, da unten würde es lang gehen. Nach da unten haben wir wieder was zum Hacken. Äh, das ist jetzt quasi, also das ist eine Kiste, die kann man, äh, die kann man quasi, da steht's ja auch, Magnetverschluss, die kann man jetzt magnetisch verriegeln. Das heißt, dass jetzt zum Beispiel das Ding hin und her natürlich, ähm, schwankt. Ich kann nicht mehr reden, tut mir leid. Aber wir können jetzt, jetzt haben wir das wieder gelockt. Jetzt können wir das Ding wieder nach links packen. Und jetzt, bam, haben wir uns einen Gang gemacht. Nice. Wollen wir da schon lang? Wir schauen mal, was das hier ist. Ach so, das, ach, ne. Okay, das ist zu dumm. Also, wie gesagt, diese Rätsel, da bin ich kein großer Fan von. Oh, fuck. Neuer Gegner. Die können uns, äh, mehrfach schlagen. Das heißt, wir müssen zusehen, dass wir nicht von denen geschlagen werden, weil die haben solche Klingen. Also, die können uns mehrfach schlagen. Aber, was soll ich sagen. Ein bisschen Onage geht immer, ne. Ah, was ist das denn? Ah, praktisch, damit man's schön nicht von hier aus hacken kann. Ganz schön. Ausgehackt. Ah. So, das haben wir schon mal. Ach komm. Ja, wunderbar. Die Soldaten haben Stack. Und so, wie er aussieht, hält er nicht mehr lange durch. Ich muss ihn retten. Wo sind die Dateien? Ich verrate es nicht. So, wenn ihr deine Finger abschneidet, mach mir aus. Und ich würde einfach an dieser Stelle sagen, wir machen mal ein Part Ende, weil ich sehe ein paar Gregener, die uns gefährlich werden können und wir müssen das Ganze erstmal, ich sag mal, ein bisschen planen. Dementsprechend sage ich, vielen herzlichen Dank fürs Anschauen. Wir sehen uns im nächsten Part. 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 Vielen Dank.